jo leute willkommen zu einem kleinen infovideo ihr seht jetzt gerade bestimmt ein kleines gameplay von gomma zwar möchte ich gerne was sagen vielen dank dass ihr wirklich so skyfactory mögt und dadurch habe ich mit meinem freund gedacht oh jetzt kommt morgen ein live stream machen zwar am 21 6 2015 also sonntagmorgen um 15 uhr bis 18 uhr wird der live stream gehen genau und da werden wir alle skyfactory zocken mal so eine stunde mindestens mindestens als ich glaube mal wir werden so zwei stunden lang skyfactory zocken dann noch eine stunde so oft komme und es war mein erst live stream die qualität wäre eigentlich auch gut hat david gesagt als mit dem cola karte wo wir auch im anderen skyfactory aufnehmen wenn wir das getestet als die qualität ist wirklich sehr gut gesagt sogar wie bei den youtube an bin ich auch mal gespannt was ihr dann sagt dazu sagt wir können auch noch ein bisschen dann könnt ihr auch was reinschreiben cola karte wird das bewachen mit den kommentaren mit der qualität auch so und sobald irgendwo ein kommentar ist werden wir das auch so sofort bewerten oder bescheid sagen wenn ihr was habt rein reinschreiben was wir machen können zum beispiel und das wäre dann der erste live stream von mir nicht mal gespannt wie viel dazu schauen ich hoffe es mal geil ich hoffe es wird geil 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 mein erster live stream und ich werde dann sagen haut rein bis zum nächsten mal euer total abonniere ich Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.